Typische Fälle sind Veränderungen am Fahrzeug, wie Veränderung des Fahrwerks, Veränderung der Bereifung. In diesem Bereich gut zu sehen die Aufsatzspuren, Stoßstangenlippe vorne, sehr rau. Hier Ölwannenbereich, schon so weit abgekemmt, dass es hier eine gerade Fläche gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020